Am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr hat sich im Südwesten ein heftiger Gewittersturm zusammengebraut. Die Wetter-Maps-Animation zeigt, wie sich ein mächtiger Gewitterkomplex mit vielen Blitzen allmählich auf den Großraum Stuttgart zu bewegt. Vor allem die Städte Tübingen und Reutlingen werden voll getroffen. Aus dem Tübinger Freibad stammen diese Bilder. Dort fielen Tischtennis bei große Hagelkörner wie Geschosse vom Himmel. Die zunächst noch grüne Liegewiese war im Nu mit einer weißen Hagelschicht bedeckt. Zum Glück konnten sich dort alle unterstellen. In benachbarten Reutlingen hingegen wurden mehrere Freibadbesucher am Kopf verletzt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017